live e-commerce heute mit dem one and only patrick kriebel social media guru und viralist wie geht's dir? gut mein freund gut und wie geht's dir? auch ganz gut bis eben gerade jetzt sprechen ja über viralitäten und so ein paar du hast mir gerade gesagt du wolltest den bohrart machen ich wollte den bohrart machen, ich glaube nicht dass das hier irgendjemand sehen will weil du bist doch ein livestream wo viele leute zuschauen wenn ich das mache dann keiner dann knallt das dann gehen wir wieder viral wenn wir schon mal viral sind du wurdest du wurdest ja richtig angefeindet von den afd jungs was hast du gemacht? ich hab denen gesagt dass ich nicht für sie arbeite auf meine art okay aber das ging ja mega viral du hast ja ich hab du hast einen mega shit zusammen bekommen von diesen ganzen jacqueline's und kevins ja ein paar paar leute morddrohungen und so und ja das ganze komplette palette ich glaube wir hatten die agentur fünf tage zu danach aber wie hast du das hinbekommen das hast du gemacht wie bist du da vorgegangen? ja die haben einfach wir haben mal wie soll man sagen ja das wie nennen wir das parodie oder wie haben wir das satire wir haben satirisch aufgenommen wir haben eine anfrage von der afd erhalten und dann haben wir satirisch quasi verarbeitet und alle mitarbeiter befragt was sie von einer idee halten also im video und am ende zeige ich halt ja das kann ja jeder sehen ich kann soll ich das pitchen jetzt was ich da gemacht habe? ja bitte ja wie bist du strategisch da dran gegangen und wie bist du dran gegangen wie können die leute viral gehen oder ja ja die wahrheit ist ja auch die es gibt ja gewisse reizthemen und wenn du sowas wie die afd wenn du afd leute ansprichst und sie provozierst und nicht auf ihrer seite bist dann ist es logisch dass es viral geht das war als ich das online gestellt habe das video dann ging erst mal 20 min gar nichts und dann hat das wohl irgendwo in einem forum schätze ich jemand geteilt und dann ging das pop und dann habe ich noch mal mit einer werbeanzeige rein also mit ad budget reingeballert 500 oder so und dann ging das ding richtig steil sage ich mal und dann haben die sich natürlich da alle hochgezwiggert und mich da alle angefeindet ok und wie gehst du in der regel vor also ich meine das hast du jetzt für deine agentur gemacht aber du machst es sehr wahrscheinlich auch für deine kunden dass du organisch versuchst durch so ein virales ding ähm sie ein bisschen bekannter zu machen kannst du nach ein paar hacks raushauen ja ich glaube an organischen traffic fast gar nicht mehr ehrlicherweise alles andere wäre gelogen wir sind komplett von organischen traffic weg oder von organischer reichweite wir verlassen uns da gar nicht mehr drauf du musst heutzutage ad budget in die hand nehmen mit einem live video wie hier ist cool wenn du aber auch du brauchst eine gewisse reichweite damit überhaupt was passiert aber organisches durch ok also ich sehe das ganz häufig ich sehe leute die 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 werben und dann gucke ich bei den likes und dann sind es 50 ender woran liegt das man also das weiß keiner so ganz genau man spricht davon dass das klickfarben sind die quasi ihr tun so vertuschen wollen das kann man aber leicht beheben indem man zum beispiel einfach ähm bei der targetierung die sprache deutsch angibt ja welche sprache sollen die deutsch sprechen deutsch und dann hat man die arabischen likes aus der ganzen welt quasi damit schon mal aus ja mein leid kriegte trotzdem ist auch aus der arabischen welt irgendwie ja da genau da genau sind wir im richtigen punkt also wenn ich jetzt beispielsweise als 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 neustarter sicher dieses jetzt werben button ja bei facebook und mir gesagt drückt da bloß nicht drauf das machen nur idioten stimmt das ja der dieser button ich sag das immer relativ charmant dieser button ist ein arschloch ähm ist halt relativ einfach zu erklären man muss es bald wissen die leute sind ziemlich einfach konditioniert ähm das liegt daran weil die meisten leute quasi nicht das background wissen haben man spricht also man die leute denken oft oder firmen denken oft dass die währungen auf facebook likes sind und dass es um likes geht aber es geht ja nicht um likes es geht nie um likes also likes ich sag halt auch immer so plakativ der einzige mit likes reich geworden das ist mark zuckerberg sonst halt niemand ähm und facebook wenn du eine facebook werbekampagne und äh schaltest dann unterscheidet facebook alle die komplette crowd alle menschen in drei auf drei ebenen ja auf der einen ebene klicker interaktions menschen und conversion people also leute die zählen machen oder ihr lied ähm geben und dieser button also und wir wollen wenn ich eine werbekampagne schalte von meinen kunden dann will ich ja in der regel sales oder leads gewinnen ja und das sind halt interaktionsleute fallen nicht in diese rubrik rein ja für conversion people und dieser button ist quasi auf interaktion getrimmt also heißt der sucht ihr keine leute die was kaufen der sucht ihr nur leute die liken und leute die liken naja brauchen wir nicht wir brauchen sales Ok und wie würdest du so ein marketing funnel komplett aufbauen also ich habe jetzt ein produkt ich verkaufe windsurfing geräte ja und die will ich jetzt vertickern und ich nutze facebook als als verkaufskanal die frage ist ja erstmal grundsätzlich über welches also wo verkaufst du denn verkaufst du über den shop über amazon sagen wir einen online shop ich habe jetzt einen online shop shopify ok dann ist es grundsätzlich gibt es da verschiedene möglichkeiten man kann da man kann da quasi vorher lieb sammeln und dann über den guten alten e mail weg über content versuchen das produkt an der mann zu kriegen das aber nicht unser unser ziel in der regel wir versuchen wirklich kalten traffic konvertieren zu lassen auf dem produkt und dann quasi also wir schicken den kalt auf das produkt drauf und schauen dann dass wir mit retargeting die menschen zum kaufen bewegen das ist jetzt so der ganz klassische weg klar man kann auch den content marketing weg gehen wir kann aber auch den branding weg gehen es gibt verschiedene möglichkeiten aber ganz klassisch kalter traffic auf das produkt drauf und dann mit retargeting warm werden und irgendwann verhaftet ok und findest du das facebook also wenn wir uns mal anschauen instagram ist ja auch krass im kommen findest du das facebook immer noch eine bessere reichweite hat als instagram oder youtube oder sonstige plattform als social media plattform ne grundsätzlich ist es im moment so dass mein favorite netzwerk instagram ist ja auch nicht gerade ganz kurz davor dass youtube es wieder ablöst da muss man schon schauen ich glaube dass youtube greift gerade wieder an youtube wird immer besser youtube sollte man auf jeden fall auf dem schirm halten ok bei youtube ist auch mittlerweile möglich dass du stories auch hochlädst also du hast jetzt die story möglichkeit bei youtube die gab es vorher auch nicht also man sieht ja dass die dass die dass die ganzen social media plattform immer ähnlicher werden ja wenn man sich anschaut facebook instagram und dann auch youtube die werden sehr ähnlich obwohl youtube von google und facebook von facebook halt und instagram auch von facebook ja zwei verschiedene unternehmen aber die gleichen sich an und angefangen hat sie angestoßen hat es ja snapchat genau und die wollten nicht verkaufen dann war facebook sauer und hat es einfach nachgebaut und jetzt wird ja in amerika weil kriege ich das immer so ein bisschen mit wenn ich wenn ich so ein paar leute in amerika folge dass die ganz stark ig tv nutzen in deutschland ist es überhaupt noch nicht bekannt geworden würde ich sagen habt ihr da berührungspunkte habt ihr da berührungspunkte mit igtv habt ihr da schon was gestartet mit oder ne wir haben selber damit nichts gestartet das liegt halt einfach daran dass es ist einfach noch nicht es wird noch nicht so angenommen wenn du vielleicht eine dementsprechend große reichweite hast wir haben fünf ich persönlich habe fünf k follower das ist sage ich mal noch überschaubar aber wenn du größerer kanal bist kannst du das schon machen man sieht aber dass diese größeren kanäle die zum beispiel sage ich mal 100k follower haben dass sie im verhältnis eine unfassbar geringe reichweite haben und ich verstehe das auch noch nicht so ganz genau warum das nicht angenommen wird aber wir wissen aber auch aus der legende dass dinge die neu sind das dauert halt immer so eine zeit bis die menschen neue dinge annehmen grundsätzlich würde ich aber die tv gute chancen geben für die zukunft ok und du hast ja wahrscheinlich auch instagram shops aufgebaut für deine kunden wie bist du da vorgegangen also wie kann ich so ein instagram shop einfach mal aufbauen einfach ein instagram account und los geht's oder gibt es da irgendwelche voraussetzungen die ich erfüllen muss essentiell wichtig ist einfach dass du dein dein konto dann dein konto zu einem business konto upgrade ist wie mache ich das zum beispiel das kannst du ganz easy quasi was über die einstellung machen da steht dann irgendwann das genau werden das glaube ich upgrade zu einem business account ja das wissen direkt das siehst du und dann verknüpfst du das und dann wäre es ultra sexy wenn du deine produkte die du hast auf oder auf facebook hinterlegt das kannst du am besten mit einem datenfeed machen den kann man sich zum beispiel bei jtl ziemlich easy ziehen so ein datenfeed hat halt einen vorteil dass der dinge automatisch updated also heißt du hast du veränderst den preis von 10 euro 99 auf 15 99 dann zieht sich facebook das aus dem feed und dann ist der preis immer angepasst wenn du es in der csv kannst du auch machen hochlädst manuell updaten so hat es dann quasi der shop mit deinem mit dem instagram account verknüpft und dann kannst du deine produkte in deinem beitrag taggen okay und wenn ich dann noch die funktion die story funktion die geht ja auch erst ab einer gewissen abonnentenanzahl dass ich dann so weit ab oder sowas ist das sehe ich auch immer häufiger dann hast du irgendwie da so ein kleines werbevideo oder wie auch immer und dann steht das swipe up for more information ab wieviel abonnenten bekomme ich denn dieses feature bei instagram da gibt es keine einschränkung also das swipe up habe ich sofort wenn ich im guten tag nicht ab 10k ok ok wie baust du denn so ein instagram account auch wenn du wenn du beispielsweise nur 100 abonnenten hast und es wird dann schwierig für dich irgendwie irgendwann auf 10k zu kommen was was wie kannst du so ein instagram account denn aufbauen dass du dann diese funktionen auch von instagram nutzen kannst wir persönlich bauen sogar fast nie accounts auf weil wir sind wirklich wir haben uns von der agentur so hin entwickelt dass wir wirklich auf performance ebene sind aber wir haben natürlich strategien entwickelt und auch accounts aufgebaut und der einzige weg den du hast auf instagram zu wachsen klar man kann ein glück haben dass man einen shoutout bekommt von einem von einem großen influenza aber selbst dann hast du nur eine wachstum weiß ich im besten Fall von tausend immer noch viel aber wir wollen ja in höhere dimensionen das einzige was du machen kannst ist praktikanten social media wird immer so abgetan das kann der praktikant machen also bin ich kein freund davon aber wenn ich einen instagram account aufbauen möchte dann praktikant dafür optimal weil das ist da kann man nicht viel verkehrt machen warum weil instagram ist eine eine plattform der interaktion ist eine plattform der interaktion und menschen interagieren nur mit mir wenn ich vorher mit ihnen interagiert habe oder die wahrscheinlichkeit steigt die exorbitant und zum beispiel mit bots zu arbeiten macht gar keinen sinn man muss wirklich manuell selber hingehen leuten folgen interagieren proaktiv interagieren bilder kommentieren leute taggen so brauche ich ein account auf und und ich kann mir selber die leute auch aussuchen auf die ich bock habe als follower ja das ist der einzige weg das ist kein besonderer hack aber das ist der einzige weg wie es schaffen kann konstant zu wachsen auf der einen seite aber auch mit qualitativ hochwertigen follower darum geht es ja hochqualitative follower zu haben es gibt ja auch die möglichkeit dass man sich einfach follower im internet kauft ja also ich kann mir jetzt bei instagram irgendwie 20.000 follower kaufen das machen ganz viele instagram mails ja die haben dann irgendwie 100 abonnenten dann auf einmal haben die 200.000 abonnenten aber keiner liked und keiner kommentiert könnten online hinterher auch machen nur dann verlieren die den trust richtig ist ja auch komplett richtig die frage ist halt auch die was nutzen mir viele follower wenn davon keiner kauft ja aber viele denken auch wenn ich wenn 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 der user denkt ich habe jetzt ganz viele aufrufe auf meinem video oder ich habe ganz viele abonnenten dass die eher gewillt sind dann zu abonnieren oder sich das video anzuschauen oder sonstiges ja man versucht ja den 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 user letztendlich zu verarschen durch die durch die angenommene reichweite ja genau sie denken das ist social proof das ist auch nicht das ist auch nachvollziehbarer gedanke aber das genauso wie mit den likes auf einem bild ist halt nicht so relevant also wir machen sag ich mal sechsstellige umsätze zum teil ohne likes zu bekommen für unsere kunden ok es geht nicht um likes und es geht nicht um follower und den ganzen bullshit da geht es nicht darum es geht um wir sind im harten kapitalismus wir sind in der freien wirtschaft hier geht es einfach wie weit ist hier geht es um kohle ok aber gibt es da so kulturelle unterschied dass man sagt also ich habe es mitbekommen wenn ich beispielsweise was auf dem ausländischen kanal poste kriege ich viel mehr likes organisch als wenn ich einen deutschen account poste ich glaube in deutschland ist moment das so rückläufig die interaktion das merkt man auch in den ganzen facebook kampagnen nicht umsonst schaltet facebook massive kampagnen überall hey so kannst du deine freunde ausschalten so kannst du nur machen dass die und die leute sehen weil die leute immer wenig weniger interagieren ich weiß nicht ob es daran liegt dass leute viel mehr ihre privatsphäre haben wollen aber grundsätzlich hast du recht ja in deutschland ist interaktionsarmut ich habe einen guten freund der hat alles organisch aufgebaut limo khan ist so eine cbd gruppe er hat eine cbd gruppe aufgebaut und hat da letztendlich sein 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 seine zielgruppe gefunden und interagiert mit denen und macht also ständig live videos und allem und das läuft super würdest du das deinen kunden raten dass sie organisch eine gruppe aufbauen sollen und über diese gruppe dann versuchen ihre produkte zu verkaufen mit einem gewissen trust dahinter so man muss dazu sache eine sache sagen cbd öl hat natürlich mit sicherheit wir haben einen auch einen kunden der das auch unser programm hat das aber wieder ausgeschmissen hat weil es probleme gaben facebook mit amazon mit paypal die gesetze sagen zwar cbd öl ist safe aber gewisse richtlinien sagen dass es nicht selbst das jetzt auf der einen seite cbd öl ja quasi mit handgleich gesteilt oder sagt es im handersatz die haben natürlich eine krasse fanbase ist so ich glaube heutzutage wenn du jetzt zum beispiel wenn du jetzt eine jtl gruppe eröffnen würdest obwohl das schon zu spezifisch ist ihr habt natürlich aber du gehst jetzt irgendwas machst was was jetzt ein bisschen trockener ist nicht wie cbd öl ein bisschen trockeneres thema wie zum beispiel liebhaber für monitore da wirst du sehen es passiert organisch gar nichts so darauf wollte hinaus cbd öl hat eine fanbase wenn du das im forum postest dann passiert natürlich was jetzt noch zu einem anderen thema also grundsätzlich sollte ich gruppen aufbauen wenn ich die zeit und die musel dazu habe aber das geht halt grundsätzlich grundsätzlich es gibt immer ausnahmen früher habe ich ja im ursprung ich weiß gar nicht ob du es weiß aber im ursprung kommt ja meine social media affinität weil ich 1,4 millionen fans aufgebaut habe habe ich aber letztes jahr abgestoßen letztes jahr war es abgestoßen weil früher ging das noch solche dinge organisch aufzubauen heute geht das nicht mehr oder es schwierig oder du brauchst eine geile nische dafür eine gruppe aufbauen du brauchst halt ads advertising dann kannst du alles aufbauen jede gruppe so soll man mit einer gruppe arbeiten ja wenn man die zeit und die muße hat oder wenn man sich jemand dafür einstellt der der sich dann darum kümmert den social media part zu übernehmen aber wenn ich beispielsweise jetzt mitarbeiter zu dir schicken möchte